Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das beklopft, Alter, Alter, was macht der da, Alter, was war das denn, ein Zauber, das war ein Zauber, Freunde, ein böser Zauber. In der Reingebilder Kaiser von China, Roberto und Ruth, WUTS! Okay. Oh, den hab ich gefressen. Oh mein Gott, oh mein Gott, sü, bitte klippen. Was ein Tor, was ein Tor, Leute, habt ihr das gesehen? What the fuck, what the fuck, what the fuck? Rote Karte, kein Foul, letzter Mann grätscht von hinten rein, Blutgrätscher, alles. Warum wird mein Spieler vom Platz gestellt? Guck an. Bam. Was ist passiert? Nichts. Egal, es gibt wieder. Es gibt Gelb. Aber Klassiker hat keine Gelbe, passiert eine Rote. Hä? Ja! 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 Ha! He has pfeifed me away! Was war das denn? Aber ich streame morgen, bis Schalke spielt. Hä? Hä? Der Spieler hat kein Gesicht. Hallo, was sehe ich denn hier schon wieder? Sein LM hat kein Gesicht. Guckt euch das mal an. Der hat nur Haare. Ey, was macht ihr in den letzten Tagen mit dem Spiel hier? Das kann doch nicht wahr sein. Nein, es ist alles irgendwie kaputt. Und der Spieler hat einfach kein Gesicht. Das kann doch nicht wahr sein. Digger, willst du mich verarschen? Digger, also... Van der Saar, willst du aber irgendwie irgendwas machen oder was? Das ist gut. Oh, der kriegt einen Krampfi, praktisch. Ich bin so schlecht. Das ist abseits. Das ist mein Team. Das ist mein Bench. Love. Love. So, wie ihr könnt ihr sehen, richtig? Die ganze Zeit, ich habe mich verletzt, ich habe... Ich habe... Ja! Wenn ihr euch könnt ihr das sehen... Ich will nicht grünen, weil die Nachfolger wird verrückt. Ich habe endlich bekommen... meine 99ª Karte. Anyways, boy, yes, this is what I've been doing for the last nine to almost ten weeks of my time off, this, did I spend money? No, okay, maybe a little bit, but who doesn't? Digga, was war das? Digga, was war das? Bruder, was hat Pelé gemacht? Digga, der hat gerade Kung Fu Panda 5 gedreht, alter. Ah, Digga. Boah, was? Guck mal, jetzt, zweiter Pfosten, Marcelo. Boah, Marcelo, was ist ne... Was? Junge Rudy, was machst du denn? Mann! Warum passiert mir immer so ne Scheiße? Mann! Ich war bestimmt schon fünfmal mit so ner Scheiße bei FIFA Deutschland. Ha 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 ha! Bitte lasst uns niemals auf irgendwelchen Plattformen landen, dass wir gerade einen roten Messi reingeballert haben. Ich krieg gleich so einen Anfall, ne? Was passiert hier? Ich fix grad meinen Kopf für TikTok. Männer, es bleibt, es bleibt wie es ist. Jeder Elfmeter wird in die Mitte geschossen, weil die Leute sich so einen Kopf machen, wo sie hinschießen sollen und schießen sie gegen die Mitte, Digga. Das ist immer dasselbe. Das wird sich auch niemals ändern. Das wird sich niemals ändern, Digga. Davon wird ein Clip gemacht, das wird bei FIFA Deutschland hochgeladen und dann werden mir die Leute wieder glauben. Bist üblich hübsch, siehst aus wie die Fußballspielerin Elie. I love cock. Die Scheiße. 82. Ich dachte, sie würden mir 83 oder 84 geben. Und ich dachte, ich bin stärker über die Jahre. Nein, nein, hier physikalisch. Ich dachte, ich bin stärker über die Jahre. Ich habe das gesehen. 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 Es ging. Es ging. Mein Schüttchen? Sie haben diese Fertilzschuldigung? Ja, ich weiß, ich habe nicht gewonnen. Aber ich habe das gesehen. 96. Ich denke, ich habe das 98, 99. Ich habe das 100. Musik